und damit willkommen zurück nachdem ich mich eigentlich erholt habe waren 24 stunden nein ich musste noch plötzlich weg spontan aber die pause tat glaube ich gut um die nerven jetzt zu beruhigen vor allen dingen haben wir jetzt licht und ich muss diesen teil eben noch mal spielen ich habe nicht gesehen dass er noch nicht gespeichert hatte das zweite mal weiß aber nicht ganz so schlimm außer konnte ich den ton bisschen runter drehen das war dann ein bisschen angenehmer jetzt hat er gespeichert schön okay kommen wir noch zurück wieder ich hoffe so die jagd sequenzen kommen nicht häufiger das überleben meine nerven okay wo kommen wir hin hätte ich ja doch noch ein paar minuten länger machen können aufziehen okay die evil bathroom oder was gut ah dusche hatten wir die vorher schon ich habe die übersehen weil ich glaube wir sind wieder in unserem appartement das sieht zumindest danach aus hei 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 ja funktioniert doch alles wie gehabt sehr schön klospielung muss sein aber hier wurde rumgewühlt irgendwer war hier okay äh nur ein weiteres tier habe ich end oder zwei übersehen weil oder geht das spiel noch so lange das wäre jetzt nicht cool hm kann natürlich auch sein dass ich das übersehen habe rechakt sei dein wahres gesicht nö ja wir ziehen die maske auf okay äh also in jedem schauspieler steckt die rolle seines lebens der eine charakter für den man bestimmt ist der eine charakter für den man bestimmt ist ja okay sei der bildhauer verleihe dem gestaltlosen eine gestalt bis nichts weiter bleibt als die wahrheit daily dispatch telegram sieht aus als hättest du einen guten start erwischt freut mich dass du und der regisseur euch gut versteht mach einfach weiter so dann ist das ding bei dem kasten dein freund und agent ohne namen okay also dein freund und agent wollen wir gucken das zweite bild okay Fotografen ganz viele hm ach das sieht jetzt eins zwei drei achso das müssen wir gleich nehmen ah drei sehr gut den hatten wir glaube ich schon was ist das was ist das 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 ist das ist das Okay. Das Band ist kaputt. James. Wer ist James? Ist das unser kleiner Bruder? Oder wer auch immer der Junge ist. Das Metronomus sein. Nervenberuhigung. Hier haben wir nichts mehr. Welchen hatten wir? Ich habe doch garantiert Sachen übersehen. Oh. Oho. 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 Die Filmposter. Twelve Night. Remember her. Double Shadows. Hier hätten wir nichts. Aber da kommen vermutlich noch mehr Bilder hin. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Elf Stück noch. Oder auch noch. Okay. Zwölf Stück. Wenn das dafür reserviert ist. Boah. Ich warte echt darauf, dass mich jemals anspringt. Was ist los? Warum ist das so schreckhaft? Das Spiel hat mich gezeichnet. Gezeichnet. Was geht? Okay. Hier ist nichts weiter? Ne. Ah. Da sind ein paar Sachen durchgestrichen und ersetzt. Den Charakter formen. Motivation. Was bewegt mich? Was will ich? Was brauche ich? Was sind meine Stärken? Stärken ist durchgestrichen. Schwächen. Wer? Durchgestrichen. Was jagt mich? Durchgestrichen. Sucht mich heim. Also von einer positiven Motivationsrede kommen wir langsam in negative Geschichten rein. Was ist denn das für ein krankes Bild? Das ist von dem Maler aus dem ersten Teil? Gott. Und wir haben ja vorhin am Ende der Jagd eine Filmrolle gefunden. Und ich bin mal gespannt. Weiter geht's. Hm? Ah. Zack. Wir lehnen uns zurück und schauen. How far can he go? How deep can he descend? The thing he seeks is still there. Buried. Hidden away. Locked in a vault. A prison of himself. He tries and fails to understand. A hungry animal does not think. It knows. It needs. It acts. Where reason dare not go. Instinct prevails. And so he must leave the stillness of the mind. And brave the storm of teeth and claws. Only then can he find the key. And claim his prize. The hunt. Act 2. Wenn das jetzt die Hand sein soll. Also die Jagd. Ähm. Was fahren das vorhin? Oh nö. Oh nö. Das überlebe ich nicht. Gut. Hier haben wir nichts Neues, oder? Nee. Gut. Oder nicht gut. Ja. Auf geht's. Excuse me. I'm such a big fan. Could you please sign... Oh, I'm sorry. I think I mistook you for someone else. Okay. Kann man nichts lesen. Schade. Eine Autogrammkarte. Mhm. Ach, das Schiff. Es knatscht wieder so schön. Ähm. Okay. Das ist wieder der Selberflur. Oh, da ist sogar der gleiche. Ich glaub der ist zwar gleich. Gleicher als selbst. Was passiert, wenn wir zurückgehen? Rennen wir jetzt im Kreis? Aha. 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 Okay. Nee, wir kommen von der anderen... Nee, wir kommen nicht... Doch, wir kommen von der anderen Tür. Da kamen wir doch aus der Tür. Und jetzt kommen wir aus der Tür. Alles klar. Und jetzt gehen wir wieder zurück. Sozusagen. Jetzt kommen wir durch die Tür. Oh Gott, ist das verwirrend. Kommen wir da durch? Hi. Nö. Oh, eine alte Kamera. Die hat auch einen speziellen Namen. Ich komme noch nicht drauf. Ja, äh... Können wir das wieder nehmen? Äh... Da ist etwas falsch mit dem Bild. Ja, sicher. Ich... 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 Ich denke, du musst dich verliebt. Du... 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 ...nachst nicht ziemlich selbst. Mhm. Verstellen wir uns? Nee, damit wurde diese Diabilla gemacht. Alter. Du... 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 die tür ist dreckig was liegt hier was war was war das da ging noch die tür auf oder zu was ich bescheuert ich höre doch da die tür aufgehen ach die tür ist zugegangen wieder das ist wie verarschen alter alle nö da will ich nö tschüss was war das was ist das was fragt uns Hilfe Panikreaktion und instinktiv das richtig ja alles klar okay voll voll Full ahead. When chasing dreams, we often find ourselves in a nightmare. Ja. Sollen wir das noch bestellen? Ja. Okay, das hat kein Ende. Irgendwas. Full ahead. Okay, da rast ich nicht ein. Oder? Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Da. Okay. Da außen legen wird was zum Einstöpseln. Ah. Äh. Ah, jetzt. Jetzt. Komm schon. Toll. Wir legen den Schalter um und das Licht geht aus. Toll. Ganz toll. Ähm. Ja. Gehen wir hoch. Mal gucken. Ein Koffer. Und eine Kiste. Ja. Uhrzeit und Beschreibung der Aktivitäten. 1.05 Uhr. Beginn des Kontrollgangs der unteren Decks. 1.30 Uhr. Maschinenraum scheint in Ordnung. Weiter zu Frachträumen. 1.38 Uhr. Verdächtige Geräusche in der Fracht. Genauere Untersuchung. Taschenlampe erleidet defekt. Rückkehr. Um Ersatz zu beschaffen. Das wieder rot umkreist. Schaden an Firmeneigentum von Gehalt abziehen. Alles klar. Pflichtversäumnis. Disziplinarische Maßnahmen empfohlen. Und um 1.53 Uhr Wiederaufnahme des Kontrollgangs. Keine Anzeichen für weitere Störungen. Und zu der letzten 2.30 Uhr Schichtende. Die Taschenlampe die wir gefunden haben. Hängt das da irgendwie zusammen? Möglich. Aber inwieweit. Über hier lang. Und da lang. Vielleicht gehen wir zu guter Letzt durch die Tür. Jetzt sind wir wieder hier. Alles klar. Okay. Gut. Also müssen wir leider da durch. Oh nö. Ihr bleibt da sitzen. Er speichert. Dass es schon mal sehr wohl geht. Dass es schon mal sehr wohl geht. Tür ist zu. Oh. Oh. Leckt mich am Arsch. Mach's den Scheiß nicht nochmal. Boah. Dieser Muschelklaus. Äh ne. Das ist ja. Der grongische Galoppel Heinz. Genau so sieht er nämlich aus. Alter Schwede. Ich will mich da nur in Ruhe umsehen. Ich will mich da nur in Ruhe umsehen. Aber man will dich ja nicht spoilern. Obwohl ich. Dann wüsste ich wenigstens was mich hier erwartet. Hätte auch seine Vorteile. Oh Gott. Das Spiel macht mich fertig. Okay. Heißer Dampf. Wart man ja nicht lang. Wie man die Nasen juckt. Das ist ein schlechtes Zeichen. Ähm. Oh. Oh. Unser drittes Tier. Also. Unser zweites was wir gefunden haben. Puh. Okay. Alles klar. Alles löst sich auf hier. Finde ich sehr beruhigend. Solange wir uns nicht auflösen. Ja. Schwebendes Essen ist völlig normal. Haben wir schon im ersten Teil gelernt. Das ist ganz natürlich. Wofür hält sich Obst. Hm. Hm. Oh Gott. Ich habe erst überlegt, dass ich diese spitze streamen. Ne. Ne, 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 ne. Okay. Passiert nichts. Ähm. Schön. Schön. Auf den Tisch kommt euch ein Fisch. So saftig süß. Ah ja. Toll und würzig hier. Naja. Das ist ein vergammelter Fisch. War ja auch nicht so wohl. Nicht ganz so wohlfühlen. Alter. Da, 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 da war noch was. Das ist wie verarschen. Oh. 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 Die beiden versteckt auf dem Schiff, wie ich da vermutet hatte schon. Lass mich hier raus! Ich muss mal eben meine Maus richtig drücken. Da will ich nicht hin. Da war jemand. Ich weiß zwar nicht was das war. Aber ich möchte es auch nicht herausfinden ehrlich gesagt. Also ich bin ja ein neugieriger Mensch. Aber das möchte ich dann wirklich nicht wissen. Nein, nein. Schön. Ähm. 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 Hilfe! Wo? Wo? Alter. Ganz einfach. Boah. Ich bin unter dir geklampft. Sonst da. Boah. 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 Okay. Boah. Was was. Ich bin nervös. ja haben wir was auch was von dem obst mitgenommen und können wir hierbleiben einfach einfach so gleich wieder etwas an hallo 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 nein auch kein item hier nichts schweiß zumalium finden der super ich würde wollen ich habe eine für wurde und das Licht geht aus alles klar ich sehe überhaupt nichts also es ist nicht nur auf YouTube so dunkel ist es auch hier genauso dunkel aber schon noch ein bisschen heller aber ich sehe trotzdem nichts nö nö ähm ähm gut okay moment ich dachte schon der raum hat sich umgebracht ach nö was ist das denn so flackert es alles so komisch hier okay achso ich war ja mit rausziehen so okay wir sehen eine Tür kommen wir da wieder durch her nicht was ist das ja was ist das das rum Ich verstehe nicht ganz. Hä? Das andere Ding ist verschwunden, okay. Ja. Gut, die kann man nicht aufheben. Was ist das? Was muss ich hier machen? Ach, das... Das ist ein Türrahmen, oder? Warte mal. Halt, stopp. Da, da, ah, ah. So. Alles klar. Hä? Nö? Ah. Das ist dann doch keine Kugel. Warte mal, halt, halt, stopp. Okay. Alles klar. Das ist ein Türknauf. Nee, okay. Das reicht nicht. Irgendwas fehlt noch. Oh, warte mal. Ah. Ah, 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 ah. Schlüssel. Äh, ja. Alles klar. Wir machen unsere Türen selber. Oh Gott, wo komme ich jetzt hin? Das reicht schon, ja? Ja. Ja. Komm.